Würdest du lieber Freunde haben, die viel schlauer sind als du oder Freunde haben, die viel attraktiver sind als du? Freunde sind, die schlauer sind als ich. Weil es um den Enden schon so ist. HA! Guck mal, ob man sieht. Man sieht dich. Nein, warte. Ich überlege meine Freunde, was geht ab? Heute mal was anderes. Wir machen heute entweder oder. Wir werden 30 Fragen gestellt. Entweder das oder das. Ich sage das oder das. Nein, da. Würdest du lieber einen britischen Akzent haben oder einen australischen Akzent? Einen britischen oder australischen Akzent? Australisch. Würdest du lieber eine Zeichentrickfigur im echten Leben sein oder eine Person aus dem echten Leben in einem... Zeichentrickfigur im echten Leben. Du musst auch lesen können. Wie weißt du damit? Oh Mann, ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Weißt du, ich habe noch Bock hier mit... Ja, haste Bock. Musst du. Pflicht. Würdest du lieber den ganzen Tag stehen müssen oder den ganzen Tag sitzen müssen? Den ganzen Tag sitzen. So wie jetzt. Im Büro. Beste. Würdest du lieber Freunde haben, die viel schlauer sind als du oder Freunde haben, die viel attraktiver sind als du? Freunde sind die schlauer sind als ich. Weil es am Ende schon so ist. Ha! Okay, gehen wir weiter. Würdest du lieber eine Handvoll Haare essen oder drei öffentliche Telefone ablecken? Lieber Haare essen. Lieber Haare essen. Ja. Würdest du lieber 4 Stunden Schlaf pro Nacht oder 15 Stunden Schlaf pro Nacht? 15 Stunden. Safe. Hä? Was steht die Frage aus? Würdest du lieber deine eigene Privatscheid haben oder deine eigene private Insel haben? Private Insel. Für Privatscheid dicke Insel mal ein. Würdest du lieber wissen, wann die Welt endet oder wissen, wie die Welt endet? Lieber wissen, wie die Welt endet. Lieber jung und pleite sein oder alt und reich? Alt und reich. Schockert er dir aber. Nein. Hä? Jung und pleite Schock? Lieber alt und reich? Würdest du lieber abdachlos, aber wirklich glücklich sein oder ein schönes Haus haben, aber die ganze Zeit deprimiert sein? Lieber abdachlos und glücklich. Würdest du lieber einen Tag ein Milliardär sein und alles kaufen, was du willst oder für einen Tag der Präsident sein und jedes Gesetz ändern, was du willst? Das erste. Milliardär sein. Lieber Milliardär sein vereint hat. Und komplett eskalieren und drei Jahre lang ausnüchtern. Zählst du mit wie viele Fragen? Ne. Egal weiter. Würdest du lieber 50% deines Körpers verbrennen oder 100% deines Körpers titulieren? Nochmal, nochmal. Würdest du lieber 50% deines Körpers verbrennen oder 100% deines Körpers titulieren? 50% verbrennen. 50% verbrennen. 100%? Dann bist du komplett schwarz. Sonst geht nicht weg. Alles. Die Verbrennung geht noch nicht weg. Aber lieber 50% verbrennen. Würdest du lieber von einem wilden Stamm im Dschungel gefangen werden oder von Piraten auf den See gefangen genommen werden? Nein. Boah, schwere Frage. Weiter. Keine Ahnung. Ich werde schwer. Ja, weiß es nicht. Keine Ahnung. Piraten würde ich sagen. Würdest du lieber niemals spielen oder spielen aber immer verlieren? Niemals spielen oder spielen und immer verlieren? Lieber spielen und verlieren. Lieber spielen und verlieren. So, let's frei jetzt. Dich aus jeder Situation herausreden können oder dich aus jeder Situation herausboxen können? Beides. Wenn reden nicht geht, musst du halt gib ihn. Oder dies? Ja, lieber herausreden oder herausboxen. Richtig? Ja. Dann natürlich erstmal herausreden. Weil wegen meiner Intelligenz und so ist doch klar. Nicht Intelligenz. Aber wenn herausreden nicht geht, ja, dann muss man links. Muss nochmal Schelm verteilt werden, wenn es sein muss, ne? Hast du nur für das erste, ja? Ich nehme das erste. Mit der Option des zweiten. Ist das gut, Alter? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann freut mich das. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und wenn nicht, dann wer einen Schelm verteilt. Soll man was sagen? Nein. Du intelligente Frau. Ciao. Ciao.